Chesme liegt rund eine Stunde von Izmir entfernt am Ägäischen Meer. Die wunderschönen Gassen von Chesme und der prachtvolle Yachthafen der Stadt sind bei den Touristen sehr beliebt. Seit kurzem gibt es jedoch noch eine weitere Attraktion in Chesme. Ein Hausbesitzer hat sich nämlich für eine besonders aufwendige Hausumzäunung entschieden und fällt damit besonders auf. Rund um sein Haus hatte eine Art Mauer aus Aquarien gebaut. Die vielen Fische darin sind quasi der Sichtschutz zu seinem Grundstück. Für die Touristen ein besonderer Ort, der mittlerweile von zahlreichen Bussen täglich angefahren wird. Ob der Hausbesitzer damit auch gerechnet hatte? Die Ruhe an und um sein Häuschen dürfte damit wohl Vergangenheit sein, denn über Besucher kann er sich seit der Aquarienmauer wohl kaum beklagen. Ob das in seinem Sinne war, sei dahingestellt. Gegenüber des Aquarienhauses hat man übrigens auch noch eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt Chesme und den Hafen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017